einen ultra trail zu laufen ist eine unglaubliche herausforderung sie wirkt unerreichbar aber wenn man sich damit auseinandersetzt merkt man schnell dass das ganze vor allem eine frage des anspruchs und der analyse ist das gleiche gilt für die produktentwicklung mit beobachtung hohen ansprüchen und einem hochmotivierten team kann man alle ziele erreichen das projekt ultra trail rucksack begann vor zwei jahren das ziel war ein volumen von 15 litern und wir wollten auf jeden fall unter 400 gramm bleiben ein weiteres ziel war es so viele funktionen wie möglich einzubauen damit auch ein müder läufer leicht zugriff auf alles hat was er braucht deswegen haben wir 15 praktische intuitive taschen integriert nachdem wir uns auf die materialien und das design geeinigt hatten stand der praxistest in den bergen an in diesen zwei jahren haben wir den rucksack mit allen ultra trail situationen konfrontiert und permanent weiterentwickelt weil unser gesamtes team selbst trails läuft konnten wir unsere eindrücke und ideen austauschen und jeder konnte während der gesamten projektphase seinen teil zur entwicklung beitragen dann wurde der rucksack im labor getestet dort haben wir seine stabilität beim laufen und seine strapazierfähigkeit optimiert schließlich sollte der rucksack ja mehrere jahre und nicht nur ein rennen überstehen als wir uns mit unseren entscheidungen sicher waren blieb der finale ultimative test unter realen bedingungen so wurde der rucksack noch bevor er auf dem markt war finisher einiger der härtesten trails der welt das feedback war so positiv dass wir nur noch eins möchten dass jeder den rucksack nutzen kann und ja deus und schlarzt auf dem markt war Untertitelung des ZDF, 2020